Musik Ich will nichts verpassen, ich hab Angst, dass da irgendwie so ein... Ich find's so genial, jetzt, ich höre auf zu laufen und wir wackeln trotzdem weiter. Wir wackeln mit dem Arsch. So. Ich merke schon, dass Nivea, Nivea, Nivea Creme, das Niveau meiner Let's Plays wird nicht zunehmen. Traurig, aber wach. So, wo fliegen wir denn jetzt hin? Müssen wir da hin? Warum lasse ich los? Warum gucke ich vorher nicht mal, wo ich hin muss? Okay, wenigstens kommen wir jetzt an den richtigen Platz, wo wir lang müssen. Äh, der Stein führt uns wohin, wenn der hier hinkommt? Oder müssen wir da runter, oder wie? Oder wo? Oder was? So, wir behalten den jetzt ganz genau im Auge. Müssen wir einfach hoch? Das da sieht doch gar nicht so... Na? Ich drehe mich jetzt schon mal um. Und hier. Ah, so. Jetzt können wir nämlich... Müssen wir erst da hin? Oder müssen wir... ...da runter? Wir können natürlich mal einen Yolo-Jump probieren. Jetzt sind wir ja eh schon so oft gestorben. Dann ist das jetzt auch... Yolo-Jump funktioniert? Ja. Geht doch. Mir fällt gerade... Oh. Epischer Mädchen-Moment. Oh. Okay. Ähm. Genug rumgeschwuchtelt. Nein. Ich hab nicht Regenspule. Die sind cool. Ähm. Ah, wir kriegen unseren dritten Weapon. Das ist Wasser. Da dürfen wir nicht rein, oder? Oder müssen wir da rein? Ich werde sterben, oder? Ich sehe gar nicht. Ich glaube nicht, dass es da weitergeht. Oder? Ja. Ich glaube nicht, dass da... Ist da ein Weg? Nee. Ich... Ich... Das sieht nur so aus. Ich muss hier raus. Mit mein... Ach. Komm. Beweg dich. Schneller. Schneller. Komm schon. Ah. So. Äh. Vielleicht können wir jetzt mit dem dritten Grapple irgendwo hin, wo wir gerade... gerade nicht hinkamen. Oder? Kommen wir hier irgendwie wieder weg? Ja. Geh doch. Das war, äh... Ich bin nicht gestorben. Fürs Protokoll. Ich bin nicht gestorben. Das ist was wert. So. Rücke. Äh... Uno. Dos. Äh... 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 Silenzio. Nee. Das war jetzt, glaube ich, alles miteinander gemischt. Ich habe gar keine Ahnung vom Spanisch. Und... So. Jetzt einfach. Also, man merkt doch, dass es doch jetzt etwas schwieriger wird. So. Also, was heißt schwieriger? Wenn man mal ein bisschen mehr gucken würde, dann würde das auch funktionieren. Aber... Ich bin ja so ein Mensch. Erst gucken... Äh... Erst... Äh... Rennen und dann... Fragen. Ich sollte eigentlich durch dieses Tor. Bitte lass das klappen. Ja. Hat geklappt. Wer hätte das bedacht? Ähm... Mal eben gucken. Äh... Wenn ich jetzt da hingehe, wo muss ich denn dann hin? Okay. Erstmal aufladen. Und... Hossa! Dann hier lang und dann können wir uns hoffentlich einfach einen Stein festzahlen. Tatsächlich. Kann man sich prinzipiell am allen festzahlen? Also, weil... Hm. So. Nein. 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 Das ist nicht wahr. Okay. Mal Anlauf. Das ist ein ziemlich kurzer Abstand zum Stein. Ich hab das Gefühl, wenn man so einen kurzen Abstand hat, ist das nicht gut. Das ist wirklich nichts. Ich glaub, ich versuch gleich direkt, mich da am Boden festzukrallen. Weil irgendwie, äh, krieg ich das nicht gebacken. Ich sag ja, es ist aber auch gar nicht... Also, ich denke mal... Ich sag ja, äh... Das hab ich schon mal jemand... Rage Mode. Ähm... Das hab ich ja schon mal gesagt. Dass wenn... Das wird wieder nichts, ne? Das gibt's doch... Jetzt ist aber der Wurm drin, ne? Also, kennt ihr das, wenn was partout nicht sein soll? So, und ihr euch da einfach nur denkt... Mein Gott, das kann doch nicht... Leck mich, Stein. Ähm... Ich... Ich hab wieder nicht den Moment aufgepasst. Ich kann jetzt höchstens Glück haben und... Tatsächlich... Mein Gott. So. Jetzt vollste Konzentration. Error-Konzentration. Dazu lasst es reden. Dazu lasst es reden. Warum... Warum hab ich das getan? Scheiße. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da nicht was rausschneiden werde. D-d-d-dauert dauert ja jetzt hier drei Wochen, bis ich mal hier durch bin. Und das liegt nicht... Am Spiel. Das liegt an dem verdammten Spieler hinter der Kiste. Ich schäme mich. Ich schäme mich zutiefst. Nein, nein. Ich hab... Ich hab losgelassen. Ich hab losgelassen. Komm schon. Jetzt ist aber der Wurm drin. Ey. Ich möchte doch nur... Hä? Jetzt hat er nicht reagiert. Okay, das war's. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich höre jetzt mal auf. Nee, so schnell geh ich mich nicht auf. So, jetzt aber. Zack. Zack. So, flieg. Flieg, Pum, flieg. Schneller, schneller. Los, los, los. Hopp, hopp. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja. Uh. Das ist so gut. Endlich. Meine Güte. Ich sag ja, da werde ich vielleicht was rausschneiden. Meine. So. Ich sag viel zu oft meine Güte, ne? Ich hab mindestens so oft meine Güte gesagt wie... Was ist das denn? Er sieht wichtig aus. Lass uns... Lass es klauen. Ach nein, das ist einfach ein Brunnen. Ich hab... Ich hab meine Brille nicht auf. Ernsthaft, ich hab meine Brille wirklich nicht auf. Es ist ein Brunnen mit unserem Symbol. Ich dachte... Komm, lass den uns noch ein bisschen bemalen. Herrlich. Sieht doch viel besser aus jetzt, oder? Wartet. Zack. Verschönerung am Brunnen. Ich find's so lustig. Ich frag mich die ganze Zeit. Die stürzen sich ja einfach immer von den Klippen. Dass hier jetzt noch so auswärts anscheinend Leutchen wohnen. Ist ja... Seltsam, ne? So. Taxi! Na? Hm. Jetzt aber. Geht doch. So. Immer weiter geht's. Äh... Wo sind wir da hinten? Oh mein Gott. Nein! Oh. Ich dachte jetzt. Ich dachte jetzt. Jetzt geht das noch von vorne raus. Quite well done, little stranger. Quite indeed. Ich glaube, du fragst dich, wo der Olaflam ist. Wir haben nicht gesehen ihn in ein paar Zeit. Usually, du siehst ihn viel mehr als du möchtest. Aber wenn das passiert, er ist oft schon weg für ein paar Monate. Das könnte ein Problem für dich. Es ist nur er, der weiß, wo dein Olaflam ist. Ich würde sagen, du find Olaflam, wenn du hier rauskriegst. Any time soon. Er ist oft auf der Bühne. Okay. Gucken wir ihn uns mal genau. Ja. Danke für alles. Und ich geh mal weg. Ich find ihn gruselig. Er blinzelt. Falls ihr das Klatschen gehört habt. Das war meine Hand gegen die Stirn. Ernsthaft. So. Welcher Mauten? Da müssen wir jetzt hoch. Na? Weil der gute... Wie heißt er? Olaflam? Ich sollte mir mal die Dialoge genauer durchlesen. Ähm. Müssen wir jetzt einfach nur den Berg hier rauflatschen? Äh. Wegen geht's. Schade. Ich dachte, wir können eventuell uns so ein bisschen hochschummeln. Anstatt jetzt hier hoch zu laufen. Vor allem da das Laufen... Aber hier geht's doch wieder runter. Hä? Ne, warte mal. Das kann ich mir nicht richtig sein. Wir suchen uns mal kurz eine niedrigste Stelle von der nächsten Etage, würde ich sagen. Also von da, wo wir am besten dran kommen würden, oder? Weil... Irgendwann ist doch da jetzt nicht richtig. Man könnte natürlich auch einfach den hier machen. Ich weiß nicht, ob das Cheaten ist. Ihr nennt es Cheaten? Ich nenn das, äh... Fallen. So, nochmal. Komm, wir schaffen's. Hä? Ich frage mich gerade, wie... Wie hoch ist denn dieser Berg? Äh. Ui. Wenn ich könnte, würde ich jetzt, äh, hier Lady Gaga singen. Was sagt die noch mal? Äh, einmal und wir... Nein, 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 nein. Uff. Ernsthaft? Wirklich? Warte, warte. Ah. Huh, 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 huh. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. So. Größer. Äh. Wenn ich gleich hier runterfalle, weiß ich mir wahrscheinlich in den Heat her. Aber das ist mir egal. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Knap, knapper. Blübchen. I always thought it was strange that no one here remembered being young. There is no history from us. Maybe it's like you say, we are strange and shouldn't exist. But I know you care about us, because you will help us find him. I liked him. And I like you too. Come on, I'ma show you where Beardy Beard went. Don't move when the eye looks at you. That's the only thing we know about this cave. And tell him I said hello. Ah, I'm wondering if we can't really fight. Also, is there some escape things? What's up? What's up? I'm sorry.